dann gucken wir da mal hin das ist auf dem golfplatz wir sind hier kommen wir da rauf am besten vorne durch den eingang ist immer die beste wahl sind nicht auch irgendwie so türen wo man durch könnte das komplett abgesperrt seh ich nicht sehe ich nicht alles für alles eingezäunt hier alles eingezäunt hier ach so hier ist ja eh der eingang so dann fahren wir mal darauf das ist zwar schnell darauf ich weiß noch nicht genau wie man das am besten macht einfach mal hier und guck mal dass ich irgendwie vielleicht so ein golfauto finde er spielt hier mal direkt ich brauche auf jeden fall so einen golfwagen da hinten ist einer hallo ihr golfer wird der schon gebraucht von irgendjemand jetzt ist er weg wo ist er denn einfach verschwunden gut dann nehmen wir den da hier ist die golf golfwagen station keine ahnung welcher da der schnellste ist ich nehme auf jeden fall mal ein hier stehle den golfschläger von mark forstenburg einfach so alter was ist denn hier los gibt mir mal deinen golfschläger häng die bullen ab mit dem ding kann ich so auf jeden fall nicht abhängen alter komme ich da hinten noch irgendwo raus ich weiß nicht ist hier nochmal irgendwo ein ausgang scheiße das rad ist kaputt das wäre nicht geil wenn ich irgendwo rauskommen könnte weil vielleicht kann man den zaun kaputt fahren also man kann den zaun kaputt fahren aber ich kann den irgendwie nicht kaputt der ist so langsam ja jetzt kommt doch noch ein hubschrauber alles klar alter golfschläger was denn los ja gut ich habe die vorher noch umgenutzt ich probiere jetzt einfach mal hier ab zu oh guck mal ich habe es geschafft ich habe es einfach mal so geschafft alter so nigel alles klar die amerikaner sind also dreist und unkompliziert so bestanden weinwurtssumeniers mark hole in one vier ja nicht ganz geschafft nur silber die 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 die